Dungeons & Dragons, Ehre unter Dieben, ist eine Verfilmung der gleichnamigen Tabletop-Game-Reihe, die ich, vorne weggenommen, nie gezockt habe. Trotzdem habe ich mir jetzt diesen Film als Video-on-Demand-Version gekauft, angeschaut und nunmehr auch dann diese Rezession aufgenommen. Tja, was soll ich euch sagen? Ich bin begeistert gewesen von diesem Film. Also diese Welt, die der Film hier geschaffen hat, der quasi versucht, das zu versinnbildlichen, wirklich in Bild, Ton, Farbe zusammenzufassen, was wahrscheinlich Millionen Gamer da draußen in ihrer Fantasie tagtäglich durchspielen, das muss meiner Ansicht nach an sich richtig gelungen sein. Ich finde es wirklich schön, in diese bunte Welt eintreten zu dürfen, an der Seite von unter anderem Chris Pine und Michelle Rodriguez, die zwei unterschiedliche Charaktere spielen, einmal so eine stämmige Olga, Michelle Rodriguez, so eine Kampfmaschine, ist am ehesten so ein Tank-Charakter und Chris Pine als Edgen Darwis, der so eine Art von, ja, Waldläufer wahrscheinlich am ehesten ist oder Bandit oder so eine Mischung aus allen möglichen Klassen und die begleiten mich halt auf einer spektakulären Reise rund um das Thema, wie rette ich meine Tochter aus den Klingen und Fängen des bösen Onkels. Das ist eine sehr interessante Geschichte, an sich eher 0815, aber in dieser Welt ganz speziell richtig toll umgesetzt und hat auch sehr viel Spaß gemacht und vor allem auch sehr viel mit Dungeons und Dragons zu tun gehabt, was mir als Laie zumindest aufgefallen ist. Es geht um Rätsel, es geht um Drachen, es geht um eine quasi Prinzessin im Schloss, die gerettet gehört. Tja, und da bin ich dabei. Das ist eine Geschichte, die hat Hand und Fuß, spielt auch noch in einer Welt mit mystischen Wesen, Elfen, Menschen und unterschiedlichsten Fraktionen, einige davon böse, einige davon so semi-böse, andere davon eigentlich böse, aber hier gut und cool. Abwechslungsreichtum ist gegeben und dementsprechend lade ich euch nun ein in die ausführliche Review und damit erst einmal einen wunderschönen guten Tag an alle Sinnerstinnen und Sinnersten draußen. Willkommen wieder hier bei MovieCheck und zu der Review zu Dungeons & Dragons. Ehre unter Dieben. Inhaltlich, das hatte ich eben nur ganz grob umrissen, geht es in Dungeons & Dragons primär um Edgene Darwiss, ein Charakter der Hafner-Klasse. Hafner, das sind Menschen, die quasi das eigene Leben dem Wohlergehen der Gesellschaft verschrieben haben, aber kein Entgelt, keine Wiedergutmachung, kein Erlös erwarten. Keine Belohnung, sondern quasi das einfach aus Eigenantrieb, aus Eigeninitiative, aus sozialer Motivation heraus einfach tun. Ja und das macht Darwiss ganz gut, der fängt Diebe, der bekämpft Böse, Zauberer und Mächte und dies und das. Nur das Schicksal meint es halt nicht immer gut mit den Guten, denn auch die Bösen finden irgendwann die Identität von Guten heraus und versuchen sie dort zu treffen, wo es besonders wehtut. Und das tun sie im Fall von Darwiss ganz einfach. Sie suchen sein Zuhause auf, töten seine Ehefrau und Darwiss steht vor dem Scherbenhaufen seines Lebens mit einem kleinen Baby. Ja und dieses Baby zieht er auf, seine Tochter, er zieht sie auf, bringt sie dann auch mit in eine Diebesgilde hinein, die versucht durch kleine Diebereien, letzten Endes den gemeinsamen Lebensunterhalt irgendwie am Laufen zu halten. Ja, so weit, so gut, bis sie auf Sophina treffen. Eine böse Hexe, vermeintlich böse Hexe, die sie dazu animiert einen ganz großen Coup zu landen und bei diesem Coup geht so einiges schief, weswegen Darwiss gemeinsam mit Olga, verkörpert von Michelle Rodriguez, gefangen genommen werden. Und ja, das Blöde ist halt, der einstige gute Geist der Truppe Forge, der von Hugh Grant gespielt wird, nimmt sich dann der auch noch geflüchteten Tochter von Darwiss an und stellt sich am Ende aber als gar nicht mal so netter Onkel heraus, was dann quasi in den eigentlichen Hauptteil der Geschichte nun mündet. Das, was ich euch also gerade erzählt habe, ist quasi höchstens mal die Intro-Sequenz des Filmes mit den ersten 20 Minuten vielleicht bei einer Laufzeit von 134 Filmminuten. Könnt ihr euch vorstellen, so viel gespoilert habe ich euch gar nicht. An sich ist das tatsächlich der Einstieg in diese Handlung. Und ab nun halte ich auch die Schnüß, ich möchte euch nicht noch mehr vorwegnehmen, als ich es vielleicht jetzt schon getan habe. Aber diese Grundstory ist einfach gegeben und das bei dem Cast. Ich meine, wir haben eben Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant hatte ich gerade schon erwähnt. Wir haben noch Reg Jean Parch mit dabei, der Gendar spielt, eine Art Paladin-Klasse, wenn ihr so wollt. Wir haben Justice Smith dabei, der Omar verkörpert, einen Magier, der gar nicht so ein guter Magier ist, aber irgendwie dann auch wieder doch. Und Sophia Lillis als Doric, eine Elfin, die sich in Tierwesen verwandeln kann. Also ganz spektakulär. Und das ist eben dieses Wundervolle einfach. Ich habe mich tatsächlich in diesem Film auch ein bisschen in World of Warcraft quasi erinnert gefühlt oder zurückerinnert gefühlt. Das habe ich auch mal ein Jahr gespielt früher. Und dann hatte ich irgendwie immer Probleme mit den Ports und dann wurde ich nicht reingelassen. Und ach, das war ätzend, dann habe ich das einfach links liegen lassen. Egal, auf jeden Fall diese Vielfältigkeit der Charaktere mit den unterschiedlichen Klassen, mit den Skills. Das hat mich richtig krass an diese Zeit erinnert. Und auch daran, warum einige, auch aus meinem Freundeskreis, so eine extreme Leidenschaft für solche Rollenspiele entwickelt haben. Und dass es eben auch ohne PC geht, sondern eben auch klassischerweise mit Pen-and-Paper-Games und dergleichen. Das finde ich noch viel, viel schöner und freut mich auch für die Personen, die in so einer Pen-and-Paper-Gruppe zum Beispiel drin sind und dann auch wirklich da Welten erschaffen, Geschichten erschaffen und schreiben. Das finde ich richtig schön. Und auch das geht natürlich im Internet auch. Da gibt es entsprechende Streaming-Plattformen, die genau solche Pen-and-Paper-Games dann natürlich auch streamen. Das finde ich richtig cool. Und auch da schaue ich gerne rein. Aber was ich natürlich gerne mache und noch viel lieber mache, ist oder sind Filme gucken. Und dementsprechend war Dungeons & Dragons so eine kleine Wundertüte für mich, die sich aber tatsächlich als positivste Wundertüte des Jahres bisher für mich entwickelt hat. Dungeons & Dragons, eine Welt, so mit der Liebe zum Detail entwickelt, mit einer praktisch ganz einfachen Geschichte. Vater möchte seine Tochter wieder befreien und einiges richtigstellen und einiges gerade rücken. Gleichzeitig aber auch seine neue Familie auch aus den Fängen des Bösen befreien. Gleichzeitig aber auch noch das Königreich retten und so weiter und so fort. Also wir haben sehr unterschiedliche Ebenen der Geschichte und des Geschichtenerzählens. Unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Ambitionen, unterschiedlichen Hintergründen, die aber auch allesamt logisch erläutert und miteinander verknüpft werden. Und so gesehen dann auch eine Harmonie und Disharmonie zwischen einzelnen Personengruppen entstehen lassen, die auch tatsächlich mit Wortgewalt, aber auch Tatkraft auf der Leinwand entsprechend dann auch ausgefochten werden. Das hat mir richtig gut gefallen. Das Setting generell bietet unterschiedliche Schauplätze. Wir sind unter der Erde, wir sind manchmal in der Luft, wir sind natürlich in einem riesigen Areal des Schlosses, wir sind in einer Arena und diese Arena hat unterschiedliche Ebenen und das ist der Wahnsinn. Das hat mich dann tatsächlich auch an diese Dungeons & Dragons Trailer und Videos erinnert, die ich sonst mal auf YouTube vor ein paar Jahren schon mal geguckt habe. Aber das fand ich interessant. Ich fand das immer fasziniert, hat aber niemals die Muße gehabt, niemals die Kraft gefunden, aus dem Quark zu kommen und dann eventuell auch mal damit zu starten. Aber trotz alledem muss ich sagen, dieser Film hat mich dazu animiert, da vielleicht ja jetzt doch nochmal einmal mich hinterzuklemmen, weil ich es einfach schön fand, wie mit einer Liebe zum Detail man hier diese Welt kreiert hat, wie man mit einer Liebe zum Detail auch die Dialoge entwickelt hat, um mitunter vielleicht auch den einen oder anderen verbalen Easter Egg für Freunde des Dungeons & Dragons Table Top Games hier und da zu verstecken, die sogar mir aufgefallen sind. Also wenn man, das hat mich teilweise wirklich so ein bisschen an LARP Gaming erinnert, dazu gibt es ja auch eine Kritik auf meinem Kanal zu. Also an sich wirkt dieser Film wie eine AAA-Produktion eines LARP Gaming Films und es ist einfach nur hammergeil. Chris Pine in so einer Rolle zu sehen, wie er so einen Wanderer mimt und dann auf einen Paladin trifft, der überhaupt keine Ader hat, eventuell für Sarkasmus oder Ironie und einfach ganz stoisch nur in eine Richtung läuft und dann auch wirklich geradeaus zuläuft. Das ist einfach nur urkomisch. Ihr müsst euch vorstellen, da steht eine Gruppe von erwachsenen Menschen am Strand. Der Paladin verabschiedet sich, läuft geradeaus und die Leute kommentieren seinen Weggehen. Mensch, geht der aber gerade, geradeaus? Oh, da kommt ein Stein. Ob er dem wohl ausweicht? Nein, natürlich nicht. Er steigt drüber und das kommentieren die alles so und es wirkt einfach so urkomisch und trotzdem irgendwie auch liebevoll. Was, glaube ich, auch ein immenser Beitrag für die Atmosphäre dieses Films ist, weil er so familienfreundlich und kuschelig ist und auf der anderen Seite teilweise auch richtig gruselig, wenn ich eben an diese Hexe Sophina denke, die einen wahnsinnigen Irrenblick hat, wenn sie ihre Maske fallen lässt. Meine Güte, diese Augen machen mir Angst und haben mir auch Angst gemacht. Meine Güte, das ist eine echt interessante Charakterklasse gewesen, wobei ich sagen muss, dass ausgerechnet diese Charakterklasse etwas zu kurz gekommen ist. Man erfährt hier und da ein bisschen was über die Hintergründe der Roten Magier und warum, wieso, weshalb sie jetzt die Bösen sind. Aber das hätte man meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr herausarbeiten müssen, noch ein bisschen mehr unterfüttern müssen, damit man auch wirklich ein Gespür für die Bedrohlichkeit kriegt. Das wird sinnbildlich in ein, zwei Flashback-Scenes auch geklärt, warum die so böse sind, beziehungsweise wie böse sie sind. Aber das hat mir nicht gereicht. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber das Gute ist, dass Dungeons & Dragons, Ehre unter Dieben, ja so gut angekommen ist, dass man sich auf jeden Fall mindestens über einen Sequel, wenn nicht gar auch über diverse Spin-Offs freuen dürfte. Genug Stoff bietet alleine dieser Film schon, um hier Handlungsstränge aufzugreifen und weiterzuerzählen, unabhängig davon, ob man dafür jetzt ein Sequel macht oder einfach losgelöste, ja, Spin-Offs. Ich fände es auf jeden Fall hilarious. Hier könnte tatsächlich ein ganz neues, ein ganz neues Franchise entstehen und das würde mich richtig freuen. Dieser Film ist auf jeden Fall der Türöffner, die Option, genau das zu tun. Und es wäre meiner Ansicht nach vertan, diese Chance nicht zu ergreifen. Wir haben so viele Franchises da draußen, meistens aus dem Superhelden-Genre, das tatsächlich gerade auf dem absteigenden Ast ist. Und wenn jetzt die Zeit ist, wieder mit etwas Frischem an die Kinogänger heranzutreten und dann auch noch mit so einem Background, dann muss das wirklich Dungeons & Dragons sein. Da führt meiner Ansicht nach kein Weg dran vorbei. Soundtechnisch und auch Soundtrack-technisch, muss ich sagen, hat der Film mich auch total in seinen Bann gezogen. Humortechnisch sowieso die Interaktion, die Harmonie zwischen Michelle Rodriguez und Holger, die so ein bisschen ist wie die Kreuzung eines Neandertalers, gepaart mit dem Verstand eines Homo Sapiens, gepaart mit der Muskelkraft eines Orks, gepaart mit dem Flachwitz von Drax. Hilarious, hilarious, muss ich euch sagen. Wirklich, wirklich nice. Und dann trifft sie auf so einen kleinen, kümmerlichen Naivling, wie eben besagten Atkin Darwiss, der von Chris Pine gespielt wird. Hilarious. Ich liebe es einfach. Und wow, ich bin fasziniert von diesem Film. Habt ihr wahrscheinlich jetzt auch gemerkt. Und dementsprechend fällt auch meine Wertung aus. Für den Film Dungeons & Dragons vergebe ich in der Filmwertung 4 von 5 möglichen Punkten, in der Genrewertung 4,5, also insgesamt 8,5 von 10 möglichen Punkten für Dungeons & Dragons. Ehre unter Dieben. Eure Meinung nun in die Comments. Ich freue mich von euch zu lesen und zu hören. Und damit sage ich tschö mit ö und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. Und damit sage ich Volt.